immer wieder die gleichen gesichter in silora ich würde mich wahnsinnig freuen mal eure gesichter wieder zu sehen und zwar einfach mit euch gemeinschaft zu haben an den wunderschönen wochenende wir haben ja wieder ehemaligen wochenende und es ist immer wieder herrlich sich auszutauschen auch zu erfahren was gott in eurem leben gemacht hat und wir können auch von uns erzählen von dem wie gott uns geführt hat auch gerade in letzter zeit durch höhen und tiefen und wir immer wieder den wunderbaren vater gespürt haben der seine hand über uns hält und das wollen wir weitergeben und da wollen wir an dem wochenende da auch miteinander feiern zusammen 1 bis 3 märz da ist unser ehemaligen wochenende und da seid ihr wieder herzlich eingeladen und ich freue mich eure gesichter hier zu sehen